Zwei der besten Spieler stehen sich hier heute gegenüber. Jawohl, Wolf, auf die beiden Freunde. Gefährlich jetzt. Die Führung, der Ball ist drin. Sie sind hier der Außenseite, aber nur auf dem Papier, Wolf. Klasse, wie die spielen. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann macht das perfekt. Und zwar mit ganz viel Gefühl. Das traut sich nicht jeder. Viele würden einfach draufhalten. Das ist Esprit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.